Das Wir-für-Deutschland-Brot feiert Weltpremiere auf der Internationalen Bäckereiausstellung in München. Bakaldrien, The Kornspitz Company, präsentiert zum 50-jährigen Firmenjubiläum das Wir-für-Deutschland-Brot mit Dreckweltmeister Fabian Hambüchen als Testimonial. Ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz gutes Gefühl. Es ist das erste Mal, dass wir so eine Aktion starten und ich glaube in der Branche überhaupt das erste Mal. Für Sie eine Probe Wir-für-Deutschland-Brot? Gerne, danke. Das Besondere, ein olympisches Brot hat es bis jetzt noch nie gegeben. Das Wir-für-Deutschland-Brot ist ein Vollkornbrot mit hohem Ballaststoff und Proteingehalt. Brot gehört zu jedem Sportler dazu einfach und da ist halt wichtig, dass wir genau wissen, was drin ist, was wir brauchen und dass da sich jemand wie Bakaldrien bereit erklärt, sagen wir mal auch wirklich, das zu hinterfragen und zu gucken, was kann man machen, finde ich natürlich toll. Für die Entwicklung hat sich Bakaldrien Unterstützung von Sportlern und Experten eingeholt. Das Ergebnis beeindruckt. Ich habe auch jetzt heute am Tag schon wieder öfters da reingebissen und es schmeckt einfach hervorragend. Ich könnte die ganze Zeit futtern. Das Institut für Sporternährung in Bad Nauheim empfiehlt das Wir-für-Deutschland-Brot für die Fitnessernährung. Und auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks steht hinter dem Projekt. Sport muss unterstützt werden, Brot muss nach vorne gebracht werden, weil Brot einfach ein tolles Produkt ist. Und deswegen hat der Zentralverband diese Idee aufgegriffen und stellt sich dahinter. Brot und Sport, für viele eine logische Verbindung. Ich finde vor allem diese Idee sehr gut, dass man über etwas, was die Menschen eigentlich täglich gerne essen, nämlich Brot, versucht, den deutschen Spitzensport oder den Nachwuchssport zu unterstützen. Pro Brot, das sind 500 Gramm, gibt es 10 Cent für die Olympiasieger von morgen. Bakaldrien, the Cornspitz Company, ist ein internationales Unternehmen, verkauft seine Waren in mehr als 100 Länder. Das neue Brot wird außerhalb von Deutschland unter dem Namen Aktipan verkauft. Verbindung zum Sport gibt es exklusiv für den deutschen Markt. Ich freue mich einfach riesig, als Testimonial dazustehen und jetzt auch auf dem Weg nach Rio dieses Brot quasi ein bisschen mit zu vermarkten zu können und ein bisschen publik zu machen. Ich glaube, das ist für alle Bäckereien eine gute Chance, zusätzlich noch ein bisschen was für das Image zu tun. Eine Chance, die jede Bäckerei ab sofort nutzen kann. Bakaldrien, der offizielle Brotpartner der deutschen Olympiamannschaft.